Hallöchen! Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute... Was machen wir heute? Heute fahren wir nach Köln zum Fühlinger See. Wir fahren nach Köln. Bist du ein Papagei oder warum plapperst du mir nach? Okay, sie ist ein Papagei. Gut zu wissen, oder? Also, wir sind gerade am Fühlinger See angekommen, weil hier heute ein Street Food Markt ist. Nennt man das so? Oder Festival? Ja. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Kommt mit! Viel Spaß! Bis nachher! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Find mit Fühlinger See? Find mit Fühlinger See? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020